Was steht drauf? 4x2? Warten bei den Nervenzellen Ich habe den Sticking Point Wenn ihr den Move lernen wollt, checkt mal auf meinem Kanal ab, ich hab da mal ein Tutorial gemacht. Wendet euch den Link hier ein, dann könnt ihr das angucken. Wendet euch den Link. Das ist ganz gut. Trämmt Sehr schön Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020